Ich heiße Chao Yinchang, ich komme aus Taiwan und ich spiele die erste Geige im Theater Ulm. Was war dein erstes Stück am Theater Ulm? Meine erste Spielzeit, das erste Stück ist eine Oper Turandor von Puccini. Mit wem würdest du gerne für einen Tag dein Instrument tauschen? Also ich hätte gerne mal ein Bläserinstrument probieren, zum Beispiel Flöte, weil sie immer so schöne Melodie spielen. Was könntest du jeden Tag essen? Also ich liebe Reis, ich liebe Nudeln. Was ich nicht mag, ist Kartoffeln. Welches Werk würdest du gerne einmal spielen? Wenn möglich, ich möchte alle Beethoven-Sinfonie-Konzerte noch einmal spielen. Gibt es eine Theateranekdote, an die du dich gerne erinnerst? Also ich erinnere mich, einmal habe ich meine Oper gespielt und in der Pause habe ich einfach meine Schulterunterstützer vergessen. Und dann bin ich einfach so rutscht gespielt nach der Pause. Was gefällt dir an Ulm am besten? Ich finde, Ulm ist eine kleine Stadt. Es gibt schöne Ausflugstelle, zum Beispiel Donau und Münster und natürlich Theater. Theater. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020